Hi Leute, in diesem Video zeige ich euch einen Jojo-Trick namens Trap East. Also, ich zeige ihn euch mal. So sieht er aus. Was ihr dafür haben müsst, ist ein Jojo, der wenn ihr ihn runterwirft, einen Sleefer macht, auch unten bleibt und nicht direkt wieder hochkommt. So, kommen wir zum Tutorial. Also, als erstes werft ihr einen Sleefer oder Workaway. So, dann, weil ich jetzt Rechtshänder bin, nehme ich den linken Finger und schwinge den Jojo um den Finger rum. Ich zeige es nochmal. Also, ich mache einen Sleefer oder Workaway. Dann schwinge ich den Finger, Entschuldigung, schwinge ich den Jojo um den Finger rum, indem ich den Finger in das Sleefer reinhalte beim Schwingen. So gut, dann geht er rum. Wenn ihr das könnt, könnt ihr ausprobieren, ob ihr den Jojo ganz gerade rumschwingen könnt, so dass er auch wieder am Seil von oben drauf landet. Also so. Dann um den Finger und oben wieder in das Seil rein. Und wenn ihr das könnt, ist der Trick vollendet. Und ja. Gut. Das wär's dann. Ciao.